In ihrer Instagram-Story postet Pietro Lombardis verlobte Laura Maria Rieper kryptische Zeilen. Sie sei enttäuscht, müsse sich erstmal sammeln, wolle die Geschichte zum Schutze ihres Sohnes aber nicht an die große Glocke hängen. Wenn man sich die aktuellen Instagram-Beiträge von Laura Maria so ansieht, riecht es nach ganz schön Ärger. Die Partnerin von Pietro Lombardi entfolgt dem Sänger sogar und postet darüber hinaus noch besorgniserregende Zeilen. Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle. Ich bin enttäuscht und muss mich erstmal sammeln, so die Influencerin auf Instagram. Mittlerweile ist der Beitrag wieder gelöscht, doch die Sorge der Fans bleibt bestehen. Haben Pietro und Laura ihre Verlobung gelöst und sich getrennt? Am Mittwochmorgen meldet sich Laura Maria erneut zu Wort. Eine Sache möchte ich vorab klarstellen, bevor wieder spekuliert wird. Wem ich entfolge ist allein meine Entscheidung, ich werde dieses Thema auch nicht groß machen. Allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Ich habe mich nie zu diesem Thema geäußert und werde es vorerst auch nicht tun. Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte, etwas zu sagen. Zum Schutz meines Sohnes möchte ich das alles nicht an die große Glocke hängen. Bitte respektiert es. Danke. Alles nicht an die große Glocke hängen zu wollen ist nach diesem Beitrag eindeutig zu spät. Nun haben die Follower natürlich viele Fragezeichen im Gesicht. Gab es einen Streit zwischen Laura und Pietro? Wieso ist die Influencerin so enttäuscht und muss sich sammeln? Während Pietro schweigt kommt umso mehr von seiner Partnerin. Denn zusätzlich hat die Influencerin noch einen neuen Beitrag hochgeladen mit den Worten, du weißt nie wie stark du bist, bis stark sein deine einzige Wahl ist. Und nicht nur das, geht man die Liste der Personen durch denen die Influencerin auf Instagram folgt, taucht auch Pietros Ex-Frau Sarah Engels nicht mehr dort auf. Offenbar ist Laura Maria auch ihr entfolgt. Was wirklich bei dem Paar los ist und was Pietros Ex-Sara damit zu tun hat, wissen wohl nur die drei selbst. Pietro hat sich bis dato zu der Geschichte noch nicht geäußert. Es bleibt also abzuwarten, ob Laura Maria das Ganze noch aufklären wird.